Braucht ein Fußballer viele Vitamine? Ob ein Fußballer viele Vitamine braucht? Ich glaube schon. Also man sollte sich auf einem Fall gut ernähren, also die guten Vitamine zu sich nehmen, dass man dann auch fit ist für das Spiel und allgemein einfach, dass man auch gesund bleibt. Esst du gerne Chips? Um ehrlich zu sein, mag ich überhaupt nicht so Chips. Also ich bin jetzt nicht so ein Chips-Esser, ich persönlich. Es gibt schon so ein paar Chips, wo ich essen würde, aber ich esse Chips sehr, sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Warst du schon mal klein der Beste? Es kommt drauf an, also im Sport war ich oftmals einer der Besten, aber ja, so genau jetzt bei anderen Dingen nicht immer. Im Sport auf jeden Fall, wenn ich mich so recht dran erinnere. Warum rennt ihr so schnell? Oh mein Gott, das ist eine gute Frage, warum wir so schnell rennen. Ja, keine Ahnung, ich kann es dir auch nicht sagen, warum wir so schnell rennen, aber ich würde mal sagen, umso schneller man ist, umso besser ist es. Aber es ist eine gute Frage, müssen wir mal den Trainer stellen. Welche Superkraft willst du dir? Welche Superkraft ich mir gerne hätte? Ich glaube, ich würde gerne fliegen können. Das wäre was. Ja, fliegen. Danke für die Fragen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.